Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange Before the Storm Bonus Episode. So, wir sollen jetzt hier ein bisschen suchen. Äh, oh ja, mit Zeichnungen. Die Lapp ist mit ihrer Schule-Supplies von dem Jahr. Lehrbuch. Ich denke, das war die erste Klasse, die Chloe und ich zusammen hatten. Ich bin nicht sicher, dass ich viel über die Stars und Strife gelernt habe. Na, da haben wir doch was. Bingo. Oh, Chloes Geheimversteck, dunkle Höhle, Amulett, Schatzinsel, Preisschloss. Ich erinnere mich jetzt. Wir haben nicht ein bisschen verrückt. Wir brauchen den Teleskop und den Amulett, welchen wir in eine dunkle Höhle, a.k.a. der Attik. Warum haben wir das für uns selbst gemacht? Weil wir acht Jahre alt sind und der Attik war das gefährlichste Ort, die wir denken können. Was? 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 Ihr Attik ist noch unglaublich. Es hat fünf Jahre, Max. Ich bin sicher, dass der Löffel Geheimversteck wurde von Menschen. Es sind eher die Mäne und Späderer, die ich mir afraid, um. Wohl Zeit, um deine Gefahr zu beurteilen, dann. Okay, und dann, als wir die Amulett und der Teleskop haben, Wir benutzen sie, um den Schrauben zu erheben. Somehow. Hier ist was passiert. Ich gehe in die Garage, um die alte Teleskope zu holen. Du gehst an den Amulet. Wir treffen uns zurück in der Piraten. Du meinst ... die Schrauben? Ja, die Piraten. Kapitän Blübeerd und Long Mac Silver wieder zurück! Ich finde ein Weg, um zu erzählen mit Chloe später. Ich finde es nicht gut, dass wir den Dachboden übernehmen. Okay, aber wir gucken uns natürlich erstmal um. Die Zeit, ich einfach nicht verstehe. Chloe's Mom hat mir eine Schrauben gekauft, weil ich hier so oft spenden. Also, ich hatte schon. Was ist das? Die Dinge in dieser Schrauben haben nicht sehr viel verändert in den Jahren. Ich weiß, dass Chloe nicht wirklich aus dem Wissen zu sein. Ich kann nicht glauben, dass ich nicht mehr sein kann, dass wir die Arquatia Bay wieder zurückkommen müssen. Ich verabschiede und verabschiede diese Poste ein paar Jahre vor. Aber Chloe hat mich auf alle die Blame gehalten. Aber das machst du jetzt später wieder gut. Oh, das stand hier auch mal anders, alles klar. Hallo Narnia. Die beiden Wahlen machen die besten Belgische Waffeln. Kein andere Diner kann sogar noch näher kommen. Chloe's Eltern sind so süß. Chloe's Mom versucht zu verraten. Naja, ihr könnt ja stoppen und euch das selber durchlesen. Ich lese nur die wichtigen Sachen. So, mehr haben wir hier nicht. Können wir eigentlich auch nach unten gehen? Okay, können wir nicht. Dann gehen wir durch die Wesenkammer. Ist das der Dachboden nicht normal? Aber es ist immer hier so oben in Amerika. Da ist es, die dunkle Kaverne. Crap. Ich kann nicht in den Atten kommen, wenn ich nicht die Tür reichen kann. Ich muss etwas finden, um zu stehen. Ich bin sicher, dass ich etwas hier finden kann, um mich aufzunehmen. Wie haben sie das denn vorher gemacht? Da waren sie ja auch ein bisschen kleiner. Ach, das gibt's doch nicht. Mädel, wie klein bist du bitte, ey? Okay, hier drin ist nichts. Die Schuhe sind cool, die sie anhat. Was, immer noch? Aber was könnte denn sonst noch hier... Foto hier ist auf jeden Fall nichts zu finden? Bücher. Man könnte Bücher nehmen. Boah, wenn das meine Bücher wären, Mädel, ne? Boah, ich würd voll ausrasten, ey. Meine Bücher haben einen... Weiß ich nicht. Haben einen sehr hohen Status bei mir. Mäuse, scheißegal. Ratten, scheißegal. Selbst Schlangen, scheißegal. Aber Spinnen. In diesem ist nur die... Na, 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 na. Man, there is a ton of stuff up here. How will I ever... There it is. Of course, Chloe hid the amulet in the hardest place to get to. I need to find a way through. Das ist ja ein cooles Amulet. Ach, jetzt könnte ich die Karte benutzen und dann... Oh, hei, was haben wir denn hier alles, ey? Ach, jetzt kann ich es nicht mehr ansehen, okay. So, wir könnten jetzt das Amulet holen. Aber eigentlich süß. Was sie sich da so ausgedacht haben. So, mit richtig Hindernis und so. I remember this. Chloe refused to get another goldfish after she had to flush Calico Jack. That's full of decorations Chloe made when she was five. She thinks they're embarrassing, but I think they're cute. It's a good thing, I'm big and burly. Otherwise moving this furniture would be kinda difficult. Okay, das machen wir gleich. Oh, den ziehen wir jetzt weg? Aua. Okay, das hier kann ich nicht wegschieben. Wie haben die das mit acht Jahren geschafft? Da hinten ist eine Kiste gewesen. Nein. Lass uns mal hoffen, dass da nichts drinne war. Ich denke mal, Chloe hat es gerade nicht allzu schwer wie ich. Ach, stört mich jetzt ein bisschen, ne, das da hinten. Na. Müsst ihr bei jemand anderem gucken, der nicht so dumm ist wie ich. Ah, scheiße, nee. Das stört mich jetzt schon wieder. Also, das stört mich jetzt schon wieder. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Das stört mich jetzt schon wieder. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich habe mir gedacht, wie es funktioniert. Chloé Price, mein Lieblingsherr. Es ist so weird, in dieser Attik zu sein, nach so lange zu sein. Ich erinnere mich, dass dieser Ort gefühlt ist. Ich denke, wenn du ein Kind bist, du nur Angst hast, die dich verletzt werden. Aber wenn du ein Kind bist, du dich mehr Angst hast, dich zu verletzten die Menschen, die du interessierst. Viva! Ja, definitiv. Du bist nur ein Kind, Chloé Price. Was? Ich bin Glück, du bist mein Lieblingsherr, das ist alles. Und eine Pudel voll rum. Ja, ist dann wieder umgucken. Oh ja, das glaube ich sofort. Warum sollte es nicht? Ach, Bongo ist schon tot? Ich dachte, der würde noch leben. Ich denke, ich denke, dass Chloe's Mutter hierher zurückkommt, um hier zu verletzten. Chloé und ich haben viel Arbeit in dieser Stable zu machen. Es ist so weird, dass wir jetzt in verschiedene Schulen sind. Ich wünsche mir immer, dass ich in der Welt leben kann. Ja, ja, ja Ich habe hier so viel von meinem Leben Every little corner is familiar Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja, ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Hey. 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 Punks are cool. Mwaw. Das war lustig mit dem Ball. Oh, grillen. Jetzt wird endlich wieder schönes Wetter. Kann ich auch wieder grillen. Ich liebe grillen. Oh, muss ich den Garten wieder machen. Eine Budel voll rum, ja. Besser als die Leute, die sowas mit Ameisen machen. Das find ich immer grauenvoll. Weil sie nichts wegschweißt, die Gute. Die Jolly Roger war das Schiff von Captain Hook aus Peter Pan. Ahem. Hey, Chloe. Yarr. Walk the plank. Das ist gut. Ja. Okay, uh, I think it goes... Yeah, we have it. Okay, uh... Oh, nee, da sind... Ja, aber da sind überall dann Tiere drin, so Insekten so, nää, umso wieder nää. If you told me this morning that we'd be spending the day as pirates, I would have thought you were crazy. Yeah, probably look like a loser, huh? Chloe, you could never be a loser. Even if you tried. Oh, yeah. The best friend code requires you say that. Nicht unbedingt. It's just... This whole day has made me feel like a little kid again. I can't believe we were eight and nine when we planned this. I can. This tiny kid's hat is squeezing the shit out of my head. Well... Treasures don't find themselves. Lead the way. Avast, matey. Have you brought me prize? Ahoy, Bluebeard. I have brought the stickiest tape in all the Seven Seas. Well done, fellow scallywag. It's just like cold times. Huh, Max? Remember how we used to talk about ruling the bays of Arcadia one day? We thought we were gonna be pirates forever. If being a pirate means acting silly and going on crazy adventures together, then we'll always be pirates. Hell yeah. Hell yeah. Would you like to do the honors? Long Max Silver? Me? Are you sure? Of course. Come on, Navigator. Point me to some treasure. Now I'm just curious. Wait. How am I supposed to use this? The drawing on the lens. It should line up with... something? Here goes nothing. Okay. This drawing is supposed to line up with something. Okay, äh... Okay, erstmal müssen wir so machen. Erstmal umdrehen. Das ist wichtig. Da könnte... Got it. Yes! You rock! Where is it? Here? Ging aber schnell. Okay. Take a step right. Nein, ach. Mein rechts. Mein rechts. Mein rechts. Deins. You're other right. Sure thing. Wait. What? Just go. That way. Perfect. Now come towards me. Bingo. Und? Was haben wir da? What the... That... Is... Not what we buried. Tits? 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 Hmm. What is this? I... I don't know. Let's open it. Glaub ich zumindest. Ja, eine Zeitkapsel. Macht man meistens... So was macht man ja meistens in Schulen, also in Kassen. Er ist der blutige Bill, ist doch klar. Ahoy there, Plankwalkers! Heh heh. It's me, Buddy Bill, the Pirate King. What the heck? By now, you'll have seen that I dug up your treasure, which would normally make us mortal enemies. But, hear me out. I haven't pilfered a thing. On the contrary. I figured you swashbucklers might not be back to your loot for some time, so I've given it extra protection from the winds and rain. I'm sure you're excited to open your time capsule, so I... won't go on too long. Just know... Just know... That bloody Bill... Is bloody proud of you. Both of you. Keep those sails trimmed and that anchor scrobed. And always remember... The real treasure is... Friendship... Love... Your... Oregon State... Prepaid... College... Savings... Plan... Horror... Ugh... That's what we originally buried. Huh, yeah. I guess it probably would've gotten ruined underground. Holy crap! It's Billy the Squid! He's alive! Oh, man! It really is like a time capsule. No way! Chloe... Look at this. We wrote each other letters. I remember these. To Chloe Price. Thanks, Max. I hope you were having a lot of fun being a teenager with your best friend. Aw... You were so cute. Check it out. Ugh... Maxine... Maxine... Liebe Chloe... Wie geht es dir heute? Mir geht es sehr gut. Heute ist Freitag, der 27. Juni 2003. Wir haben Sommerferien und erstellen eine Zeitkapsel für dich und mich in der Zukunft. Mit dem Thema Piraten. War es nicht lustig, sie zu finden? Hier sind einige Dinge, die wir mögen. 1. Lieblingstier Arabisches Pferd Max Otter Chloe 2. Lieblingsessen Hummerrolle Max Kaffee, Eiscreme Chloe 3. Lieblingsfach Kunst oder freies Lesen Max Wissenschaften Chloe 4. Beste Freundin Die andere Beide Wie steht es mit dir? Bist du 12 Jahre oder älter? Was ist dein Lieblingsessen? Dein Lieblingsfilm? Und so weiter. Das ist alles für den Moment. Ich hoffe, du hast als Teenagerin viel Spaß mit deiner besten Freundin. Alles Gute. Maxine Caulfield Normalerweise machen das Schulklassen. Die schreiben halt ihrem älteren Ich einen Brief, was sie gerne mögen, was sie besser machen möchten für die Zukunft. Und dann irgendwie nach Jahren grabt man das aus. Aber wenige Klassen machen das dann wirklich, diese Zeitkapsel auszugraben. Liebe Maxine, hallo aus dem Jahr 2003. Hier ist eine Aufzeichnung davon, wie wir unsere Tage verbracht haben. Kannst du erraten, welche davon wahr ist? 1. Wir gehen auf dieselbe Schule und sitzen in der Pause immer zusammen. Was sonst? 2. Wir haben mindestens einmal die Woche eine Pyjama-Party. 3. Wir mögen extrem salzige Brezel. 4. Wir veranstalten ein Rennen. Wer seine Eltern zuerst überzeugen kann, ein Haustier zu haben. 5. Wir werden zusammenleben, sobald wir es uns leisten können und werden nur Goldfarbe benutzen. 6. Wir haben viele Feinde bekämpft und uns nie im Stich gelassen. Was hast du geraten? Falls du alles davon geraten hast, liegst du richtig. Deine Freundin für immer, Chloe Elizabeth Price. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 10. 11. 11. 11. 10. 11. 11. 11. 12. 11. 11. 11. Ja, aber ich mache jetzt erstmal Schluss und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.